Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute wollen wir mal einen Blick in meine Garage machen. Das heißt, ich zeige euch, wie ich die Dämmung meiner Abgasanlage ausgetauscht habe. In ein, zwei, drei Videos zuvor haben wir ja eine Lautstärgemessung an meiner Bella hier durchgeführt und haben festgestellt, dass die Werte doch etwas grenzwertig sind. Deswegen habe ich gesagt, okay, dann wird die Dämmung erneuert. Ich möchte da etwas safer sein, ein bisschen leiser will ich mal sagen damit. Und ja, ich würde fast sagen, ich habe es ein bisschen, ja, ich würde fast sagen, ich habe es ein bisschen unterschätzt, weil so eine italienische Diva und eine italienische Abgasanlage, ob das so eine gute Konstellation ist, um ein leises Motorrad zu fahren, das kann ich euch jetzt gleich erst mal zeigen. Ich würde sagen, wir schalten mal rüber in die Garage und in der Zeit, wo ihr das Video guckt, mache ich hier mal ein Päuschen, würde ich sagen. Das kann man machen, würde ich sagen. Und dementsprechend, bis gleich. Und schon sind wir angekommen. Hier auf dem Tisch habe ich jetzt schon ein klein bisschen vorbereitet. Man kann auch sehen, ich habe schon einen Schalldämpfer auseinandergenommen. Das hat einfach damit zu tun, damit ich euch ein bisschen besser was erzählen kann dazu. Ist immer ein bisschen schwierig, wenn man etwas das erste Mal macht. Ich habe mich natürlich ein bisschen schlau gemacht über die ganze Geschichte hier. Selber machen ist aber natürlich immer etwas anderes, beziehungsweise wenn ihr das jetzt hier im Video sehen könnt, hat natürlich auch so seinen Vorteil. Als allererstes wird die Abgasanlage natürlich demontiert. Bei mir waren das ganze drei Schrauben. Dann kann man die Endschalldämpfer einzeln nach hinten abziehen. Und dann kommen die natürlich erst mal auf die Werkbank. Auf der Werkbank habe ich mir hier so ein kleines Holzgestell gebastelt, damit ich hier eine Führung habe, wenn ich hier Arbeiten dran vornehme. Das allererste bei der Demontage von diesen Schalldämpfern beim Zerlegen, habe ich mir hier hinten die Position dieser Endkappe hier mit einem Edding markiert, damit ich nachher da wirklich keine Fragen mehr habe oder überlegen muss, wie das wieder zusammengehört. Als allernächstes geht es dann an die Ständerbohrmaschine. Direkt hier in meinem Gestell und dann werden die alten Nieten ausgebohrt. Das geht verhältnismäßig einfach. Die alten Nietenköpfe haben einen Außendurchmesser von 5 mm. Ich habe einen 4,5 mm Bohrer genommen und damit geht es verhältnismäßig einfach. Zum Schluss werden dann die Reste, die noch in dem Pott stecken von den Nieten, einfach nach innen weggedrückt und dann geht es weiter mit der Demontage von diesem Enddeckel. Die Demontage hat sich ein ganz klein bisschen schwieriger gestaltet, weil die sehr passgenau da drin sitzen. Bei Termignoni kann ich euch sagen, dass kein Kleber dazwischen sitzt, aber man kann auch sehen, dass die Schalldämpfer hier eine ganz kleine Wulst haben. Das heißt, der Carbon-Teil ist wirklich an der Stelle, wo das Teil eingesteckt ist, etwas aufgeweitet, wo ich auch schon gelesen habe, dass es Leute gibt, die kommen auf die Idee, diese Schalldämpfer zu kürzen und haben dann das Problem, dass wenn die das abgeschnitten haben, dann fehlt ihnen diese kleine Wulst und dadurch kriegen die die Endkappe nicht mehr drauf. Auch hier muss jetzt natürlich der Enddeckel wieder ab. Leichte Schläge, vorsichtig, ohne Gewalt, Stück für Stück. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Wir wollen hier keinen Schaden am Carbon verrichten. Vorsichtigem klopfen und aufpassen, dass ihr das nicht zu stark verkantet. Und nehmt ja einen Gummihammer. Und da haben wir die Kappe. Die ist ab. Die lasse ich jetzt auch hier bei dem Pott. Ich will hier nichts durcheinander bringen. Muss ja nicht sein, obwohl es eigentlich dasselbe sein müsste. Und hier kommt uns jetzt schon die Isolierung hier innen drin entgegen. Es ist so, ich werde ja, das zeige ich euch dann natürlich jetzt gleich hier mit dem Stopfmaterial. Hier ist kein Stopfmaterial drin, sondern hier ist Rollenmaterial drin. Ich hole mal ein kleines Stück raus hier. Wie gut das jetzt noch ist, kann ich gar nicht entscheiden. Ich habe keine Ahnung, wie sich das verhält. Ich ziehe mir jetzt gleich eine Maske auf. Das heißt, das geht mal ganz kurz ohne Ton hier. Dass ich euch zeige, ich lege ein bisschen Musik drin, dass es nicht so langweilig wird. Und dann zeige ich euch einen kurzen Ausschnitt, wie das aussieht, wenn man das hier rausholt. Jetzt habe ich mir den Endschalldämpfer nochmal ganz genau ausgemessen. Es ist so, dass wir jetzt das korrekte Innenvolumen für den Bereich, wo die Wolle reinkommt, dass wir den jetzt errechnen müssen. Das machen wir aber ganz einfach. Wir setzen uns gleich mal ganz kurz an den Computer. Ich habe jetzt hier die Länge aufgeschrieben, den Innendurchmesser von dem äußeren Mantel und den Außendurchmesser von dem Zebrow innen drin, weil wir hier jetzt einfach nur das Volumen haben möchten für den Bereich, wo jetzt gleich unsere Dämmwolle reinkommt. Hier möchte ich euch noch kurz den Füllmengenberechner von Silent Sport zeigen. Wir haben hier die Möglichkeit hier oben, was wir hier haben, 2-Takter, 4-Takter, Hubraum, Leistung, Gehäuse, Form. Hiermit lassen sich auch Ovale berechnen. Das heißt, wenn ich jetzt hier draufgehe auf Oval, dann ist der Durchmesser hier weg. Das heißt, hier geht es dann um Höhe und Breite von dem Schalldämpfer. Ich gehe jetzt wieder zurück auf rund die Länge, dann haben wir hier die Maße, ist auch hier alles angegeben und dann können wir hier auf die Berechnung gehen. Und dann kommt bei mir heraus 308 Gramm pro Schalldämpfer und die wiegen wir jetzt mal gemeinsam ab. Hier habe ich jetzt eine Schale, die Waage ist genullt und jetzt geht es hier drum. Ich mache das mal ein bisschen vorsichtig, das wollte ich jetzt nicht mit dem Mundschutz machen. Und hier geht es jetzt darum, die 308 Gramm zu bekommen. Das ist ganz schön in sich verstrickt hier, wie ich gerade merke. Hier müssen drin sein 250 Gramm und es sind drin 255. Hier habe ich jetzt einen Berg von 308 Gramm. Den legen wir uns jetzt mal hier auf den Boden. Da muss ich aufpassen, dass ich das alles so bekomme. Die Waage steht auf 0, also hat das gepasst. Ich habe es mir jetzt hier ein bisschen einfacher gemacht. Ich habe mir jetzt hier mal ein Rohr drauf geschoben, was über das C-Block geht. Dadurch habe ich keine Kante, wenn ich das Füllmaterial hier drauf bringe. Da kann ich jetzt einfach hergehen und die Kamera hier nochmal ein bisschen korrigieren. Und jetzt kann ich mir hier das Dämmmaterial nehmen, wickele mir das hier einmal so ein bisschen um das Rohr drumherum. Immer gucken, dass wir einigermaßen gleichmäßige Stränge haben. Und dann kann ich das einfach hier hinten so reinarbeiten. Hierbei müssen wir jetzt aufpassen, dass wir jetzt quasi nicht zu viel Material an eine bestimmte Stelle bringen. Deswegen immer so ein bisschen hier drum wickeln, gleichmäßig und nach hinten durchschieben. Ja, so langsam ist der Moment der Wahrheit angesagt. Ich habe das jetzt einfach ein bisschen nach Gefühl gestopft hier, muss ich sagen. Ich habe jetzt keine große Gewalt angewendet oder irgendwas, sondern einfach so Stück für Stück immer da rein. Immer versucht hier ein bisschen schön gleichmäßig hier drum zu bekommen. Und jetzt kommt es natürlich gleich darauf an, stimmt die Menge? Kriege ich das hier rein mit dem, was ich gedrückt habe? Oder ist das dann vielleicht doch, hätte ich mehr drücken müssen? Wobei, ich habe ja nicht mehr viel hier. Wobei ich sagen muss, das sieht mir hier sehr gut aus. Jetzt brauchen wir hier nur unsere Markierung wieder finden und jetzt kommt hier die Endkappe wieder drauf. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen, dass wir wirklich haargenau Loch über Loch bekommen, weil das lässt sich nachher nicht in sich verdrehen. Das sieht gut aus. Und so können wir jetzt hier unser Band wieder drum legen und dann wird es vernietet. Und da bin ich auch mal sehr gespannt drauf, weil ich habe nur eine einfache, günstige Nietenzange. Deswegen werden wir das jetzt gerade mal machen. Das allererste ist, wir suchen uns jetzt hier die passende Führung. Und dann, das ist die hier, dann brauche ich natürlich das Band. Das haben wir hier. Dann tue ich mir alle Nieten, wie ich sie brauche, schon mal einfach nur hier durchstecken. Und tue jetzt noch keine verpressen, damit ich hier überall noch ein bisschen Spiel habe, um was zu verändern. So habe ich das jetzt hier beieinander. Ich kann sie mir auch mal dran halten, damit ich hier wirklich keinen Fehler mit dem Lochband mache, aber vernietet, ist vernietet. Hier hätten wir jetzt den so dran. Das passt einwandfrei. Und dann gucken wir mal, ob es eine günstige Nietenzange schafft, die Nieten hier zusammen zu bekommen. Und ich bin mal gespannt, wie die Nieten aussehen. So, und dann wird gedrückt. Ich habe nämlich schon gehört, da gibt es richtig mächtige Nietenzangen für. Und das ist mit der Zange hier, wow, überhaupt kein Problem. So, ich muss sagen, meine ersten Befürchtungen, dass die Nieten nicht schön sind, die sehen einwandfrei aus. Also, da ist kaum Unterschied zu den Originalen zu sehen. Da bin ich auf jeden Fall mal positiv überrascht. Die letzte Amtshandlung. DB-Eater wieder rein. Und dann bin ich so gespannt. Ich baue jetzt natürlich die zweite noch zusammen. Hier hatte ich mir auch vorhin etwas Klebeband über die Zange gemacht, damit man sich das Material hier nicht so vermulkst. Oh, ihr seid ja schon fertig. Ich dachte, das dauert länger. Dann packe ich meinen Grimbel. Dann zähle mir zu, dass ich hier wegkomme. So, da bin ich wieder. Ja, tut mal gut so ein Schläfchen. Nein, wenn ich ehrlich bin. Ich habe Fotos gemacht. Ich zeige es euch mal eben schnell zwischendurch hier. Und, ja, was soll ich sagen? Okay, klar. Dämmzeug ausgetauscht. Hat eigentlich gut geklappt, muss ich sagen. Was mir während dem Umbau der Revision, will ich mal sagen, aufgefallen ist, das Dämmaterial aus der Anlage sah besser aus, wie ich gedacht habe. Ich habe gedacht, mir kommt da lauter Geschmutter, Dreck zugesetzt und Ruß oder Verbranntes kommt mir entgegen. Und das war nicht der Fall. Und, ja, ist klar, Lautstärke-Messung. Habe ich mal wieder zu Hause gemacht. Habe ich aber auch kein Video von gemacht. Ich habe euch ein Foto gemacht. Das Ergebnis ist so ein ganz klein bisschen niederschmetternd, muss ich sagen. Weil ich mir ja doch so ein paar Dezibel erhofft hatte, damit zu unterdrücken. Und, ja, ich fackel gar nicht lang rum. Ich blende euch das Bild ein. Ja, das war ein Satz mit X. Nullrunde. Leider verloren. Kann man nichts machen. Ist so. Ja, schade. Die ganze Aktion hat es für mich mal überhaupt nicht rentiert. Nicht gerechnet. Gar nichts. Ja. Wobei es für mich durchaus interessant war, die Pötte mal auseinanderzunehmen. Aber, ja, ist natürlich schade. Jetzt ist die Frage, was kann ich denn jetzt machen? Ja, ich kann machen, eine komplett neue Abgasanlage kaufen. Müsste ich aber mit Verrohrung tun, weil das hier eine spezifische einzelne Komplettanlage ist. Kommt für mich ganz ehrlich jetzt erstmal nicht in Frage. Das ist nämlich finanziell doch erstmal eine Hausnummer. Und ansonsten bleibt mir vernünftiges Fahren übrig. Das heißt, das, was eigentlich jeder tun sollte, der eine vielleicht etwas lautere Abgasanlage hat, Das heißt zum Beispiel, ich kann mir ja überlegen, wie ich in ein Dorf reinbretter, will ich mal sagen. Oder ich kann mir überlegen, wie stark ich irgendwo rausbeschleunige, wenn da noch irgendwo Wohnhäuser stehen. Oder ich kann mir überlegen, ob dieses typische unnötige Hin- und Herfahren, ob man das irgendwo tun muss, wo Leute wohnen. Das ist halt einfach so die Frage. Keine Ahnung. Ja, muss natürlich jeder selbst wissen, jeder selbst für sich verantworten. Und ja, das ist sowas. Ich hätte ja fast gesagt, ich könnte auch hergehen oder man könnte auch überlegen, okay, fährt man im Ort halt einfach mal einen Gang höher. Alle, die Ducati fahren, die haben jetzt gelacht, weil das nicht geht. Aus der Nummer kommt man dann der Ducati da nicht raus. Es ist, wie es ist. Ich lebe jetzt erstmal damit. Überlege mir das mal ganz in Ruhe. Und ja, würde sagen, das soll es schon wieder gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Gerne einen Daumen nach oben, wenn es gefallen hat. Gerne abonnieren, wenn auch nicht geschehen. Und würde sagen, Tschüss. Bis zum nächsten Mal.